An, zurück nach Tenebrel! Und ja, wer Lust auf die Sidequests hier hat, kann die ruhig machen, aber... Hm, ich bin nicht der Fan von denen, ehrlich gesagt. So, Herr Schaffner, wir wollen weiterreisen. Möchten Sie weiterreisen? Ja, danke. Bitte nehmen Sie drinnen Platz. Ich gebe dem Zugführer Bescheid. Sag, wenn dir unwohl ist. Ja, keine Geheimnisse. Oh, der Zug! Versprochen? Ja, versprochen. Vorsichtig, Ignis. Was soll die Besorgnis? Ohne ihn wäre ich verloren. Oh, ehrlich? Der Typ ist wieder mal da. Eieiei. Und er fährt einen anderen Marcon mit. Ich frage mich, ob Noctis damit gekriegt hat, wie Luna Freya... Ich sag mal, weggegangen ist. ...irgendwie entspannend. Ja. Fährst du ab, Gralia, den Regalia? Wenn ihr mich lasst. Wir hätten den Regalia zurücklassen müssen, wenn Camellia uns nicht geholfen hätte. Aber sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Ja, ein Jammer mit den Funkgeräten. Beim Kampf gegen Leviathan. Hm? Als das Imperium den Rückzug antrat, fiel mir ein Luftschiff auf. Das des Kanzlers. Kurz nachdem meine Augen verletzt wurden, konnte ich gerade noch erkennen, wie es zum Altar flog. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ist da jemand gekommen? Ja. Gladio ist zurück. Wo war er überhaupt? Auf Informationssuche. Ich hatte etwas aufgeschnappt. Sir. Auftrag erledigt. Ein Glück. Worum geht es denn? Um die längeren Nächte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass sie immer länger werden? Bereits in Luzis hatte ich davon gehört. Aber in den letzten Tagen ist es mir auch selbstbewusst geworden. Ach so. Wenn das so weitergeht, dann ist es bald für immer Nacht. Ich fürchte, das wäre keine Übertreibung. Drei der sechs Götter sind vernichtet worden. Kein Wunder, dass sich das auf die Sterne und die Welt auswirkt. Ja. Längere Nächte bedeuten mehr sicher. Das spüren wir alle am eigenen Leib. Ich hab vorhin gehört, wie sich einige Fahrgäste darüber unterhalten haben. Und darum... Darum hat er mich losgeschickt, um mich umzuhören. Ich verstehe. Gehen wir, Ignis. Sie erwarten uns schon. In Ordnung. Bis später, Noct. Ja. Bis später. Und ja, dass die Nächte länger geworden sind, das fällt einem auch wirklich auf. Weil am Start des Spiels geht die Sonne so um 18, 19 Uhr unter. Und ab Kapitel 19 herum schon um 15 Uhr. Krass. Oh, da bist du ja, Noct. Hi, Promto. Ist das nicht abgefahren, diese Landschaft? Ja. Ich kriege richtig Lust, auch mal wieder Zug zu fahren. Oh, yeah. Das ist echt ziemlich verrückt. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hier stimmt etwas wirklich nicht. Was ist hier los? Wirklich umwerfend, oder nicht? Ich frage mich, ob das Schneewolken sind. Irgendwie unheimlich. Ist das nicht unglaublich? Irgendwie total unwirklich. Meinst du nicht? Beinahe wie gemalt. Was eher unwirklich ist, bist du? Was soll das? Hey, was soll das? Beruhig dich. Du machst mir richtig Angst. Was ist mit dir? Ich mag dich einfach nicht. Halt's Marmel! Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? Ach, erst mal verfolgen. Wir sind jetzt im Zug des Schrecks. Und die Zeit steht mir mega still. Und zwar überall. Ziemlich crazy. Wo ist er denn hin? Ja gut, da. Da liegt wo? Ah. Still dich! Du Dreckskerl! Sag mal, Noctis! Dieser Bastard! Ich würde sagen, Noctis hat das doch mitgekriegt. Das A den da schuld dran ist. Ah. Dieser A. Hilfe! Du machst mir richtig Angst. Genug mit dem Spaß jetzt. Hör auf! Das ist kein Spaß! Das ist Reche! Du belästigst die anderen Fahrgäste. Du hattest... Ich meine es so unernst! Ich dachte, wir sind Freunde. Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du entkommst mir! Ja, du entkommst mir dich. Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld! Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Ähm... Ja. Tu nicht so scheinheilig! Diesmal redest du dich nicht raus! Sieh jetzt rausreden! Du machst mir richtig Angst! Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze! Da hat er mir die Bremse gezogen! Und ja, der Typ kann scheinbar die Zeit ein bisschen beeinflussen, weil die kurz gestoppt ist. Das ist so weird. Alles in Ordnung? Arden, er ist hier! Wie? Arden? Hm... Wer es war, der den Zug angehalten hat? Ich verstehe ebenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem rechten sehen. Okay. Machen wir das mal und erst mal rechts oben auf die Uhrzeit. Es ist 14 Uhr und die Sonne geht schon unter. Ja. Schauen wir mal, was hier los ist. Wer hat hier den Zug angehalten? Vielleicht war es wirklich Arten, ob er mir gerade in den Griff knallt. Wuhu! Was war das? Eine Explosion? Die anderen Fahrgäste sind in Gefahr. No! Ja, wir schauen mal, was da los ist. Vollständig umzingelt worden ist. Ui! Dein Maradeur! Schnell! Blieb nach vorne! Okay! Weg mit dir! Das ist auch nicht sicher. Noch, komm! Wir müssen im hinteren Teil nachsehen. Tun wir, mach ich schon. Überlassen wir den Maschinenraum Gladio und Liebwissen. Okay, gehen wir ans Zugende. Ja, und der Zug ist lang. Was ist immer denn, was passiert? Wow! Bitte Vorsicht! Die Scherben sind teuer. Wow! Eine Explosion. Die MI? Sie zerstören sich selbst. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Ja, kämpfen wir draußen. Gut. Imperiale Mi, äh, MI für den Lieutenanten, stützen sie sich auf den Zug. Bequerechte sie, bevor sie eben zu nahe kommen und ihn durch Selbstzerstörung zu sehr beschädigen. Ja, der Zug zerstört sich selber, wenn der Zug Schaden kriegt. Fragt mich nicht, es ist einfach so. Na dann! Weg mit euch! Noch mehr? Die müssen wir alle erledigen. Na klar schaffen wir das. Easy peasy! Öppi! Schlaf doch her! Ah, nix bitte! Noch mehr? Ah, ich habe da einen Schuss gesehen, aber ich glaube, da ist nix mehr. Gucken wir mal! Ah doch! Einfach ein bisschen warten. Da! Ups! Die stehen wieder auf! Die haben ja gerade erledigt! Die können die da bitte wieder aufstehen. Das nimmt kein Ende! Ah! Die wollen den Zug zerstören. Warum auch immer? Es ist auch immer ein Zug, das ist toll! Du, wer zielig! Wieder ein aufgestanden! Und auch weg! Ah, wupp! Der Tiefung hat, was er? Muss auch weg! Du musst ja alle nicht zu viel aushalten! Ah, ups! Wow! Ah, der Nächste! Noch mehr? Ne? Upsi! Upsi! Ah, die haben hier irgendwie mehr als ein Leben! Das sind sehr interessante Gegner! Hallo! Ah doch! Geht doch doch! Vor allem für sieg alle Gegner, ne? Und da ist Zug gekommen, trotzenschaden! Ibnus hat sich gemeldet! Der Zug fährt bald weiter! Okay! Alles klar! Kann ich irgendwie sehen, da hinten... ...hinden, dass er auf den Zug schießt? Ich glaube, er nicht, ne? Dann wieder zurück! Okay! Er kriegt die Assasine! Ich glaube, er bald! Der Zug hält nämlich auch nicht mehr viel aus! Upsi! Ja, wo kommt er? Mach mal ein bisschen Rambazamba! Dankeschön! Lass! Die besiegten MI stehen wieder auf! Nein! Panzer! Lass! 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 Bleib zurück! Ein paralleler Panzer will das Feuer auf dem Zug eröffnen! Boah, bitte ich zum Panzer und zerstöre ihn, bevor der Zug zu sehr beschädigt wird! Ja! Machen wir das mal! Ups! Nicht auf den! Ja, ja, ich will auf den Panzer, aber das Spiel lässt mich nicht! So, jetzt aber! Wer da immer noch drin ist, komm raus! Auf! Boim! So! So, ups! Da! Zino! Die Luftschiffe folgen uns! Anscheinend wollen sie den Zug angreifen! Dann müssen wir sie vernichten! Wie denn? Schieß! Ach, schieß! Du bist der Schütze! Ach! Wir sind hier auf dem Grifterbakon hier gelandet! Imperiale Luftschiffe haben das Feuer auf dem Zug eröffnet! Vorabred ich zu ihm und zerstöre sie da rein nach! Du feuerst dem Zug zu! Der beschädigt mich wieder mal! Na dann! Alle! Wenn man sie zerstört! Ich hab's, okay! Ups! Du einfach angreifst, ist nichts! Ah! Kann ich dir rüberworfen? Ups! Hallöken! Die können sich alle in die Luft jagen! Zerstöre für den Luftschiff, bei dem du die Geschutztürme hackst! Oder die MI am Ort zur Selbstverschärung bringst! Befeuertzug zu, ist aber schädigt mir! Vorsicht! Weck hier! Es geht ab! Es sind ein bisschen viel Fäckste hier gerade! Wuhu! Ach! Immer schön runden, bevor die Zeit abläuft! Ansonsten... Was das? Ach, ihr Schützen! Ach, Deckung ab! Vorsicht! Weck hier! Weiter geht's! Ups! Wir sind Explosionen! Gleich mal wenig! So, aber weg da! Das... Das dürfte Freude zu sein! Weck hier! Ups! Wuhu! Ach! Weck da! Das ist das letzte Luftschiff! Ja, der lässt mich da nicht vorbei, oder dann? So! Ups! Erschafft! Komm! Zorg! Runter! Hey! Ich komme nach Hause! Röpto! Ah! 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 Hey! Was soll... Ist er denn nicht gerade runtergefallen? Oder habe ich gerade doppelt gesehen? Verdammt! Ja, wirklich verdammt! Und falls ihr mir fragt, was jetzt gerade passiert? Ja, Arden hat sich... Was ist? Na, wo ist es angewandt? Eben, kannst du dir den Zug anhalten? Prompto ist runtergefallen! Wegen Arden? Nee, mir! Weiß nicht wo! War bewusstlos! Verstanden, Noct! Aber beruhige dich erst mal! Anhalten wäre zu gefährlich! Noch sind wir nicht sicher! Und wir haben Zivilisten an Bord! Aber... Tenebrae ist nicht mehr weit! Dort können wir den Zug evakuieren! Und Prompto? Um den kümmern wir uns danach! Hoffen wir, dass Arden ihn nicht erwischt hat! Wenn wir Glück haben, meldet er sich vielleicht! Hab bitte etwas Geduld! Kannst du zu uns kommen? Gladio ist auch hier! Äh... Klar! Geht's euch gut? Ja! Okay, dann... Äh... Muss jetzt Schluss machen! Habe Gesellschaft! Na, wir haben einen Tunnel gesellschaft! Wir müssen uns zur Lok vorkämpfen! Wir sind eben ein paar Gegner wieder von mir hergekommen! Wie gesagt, wie du fragst, was gerade passiert ist? Arden hat eine interessante Magie eingesetzt, die eine Erscheinung erzeugt hat, dass wäre Prompto Arden! Denkt er zuerst Arden vielleicht runter, aber nein, das war Prompto! Ja, später merkt man das! Das ist eine ziemlich crazy Story, was hier abgeht! Ach, die Gegner hier! Ach, die Gegner hier! Das sind kein großes Problem! Ups! Selbst auf den Niedrigland-Level sind die sehr einfach zu besiegen! Was hinter mir? Ne, doch! Gehen wir mal vor zur Lok! Da müssen wir mich hin! Und jetzt gerade, das Spiel sagt, hinter mir sind ein paar Gegner! Hm! Doch, sollen sie ruhig kommen! Sollen sie ruhig kommen! Hallöchen! Ihr Snuggers! Wie geht's für euch nicht zum Snacken? Ach! Ey! Ja, das Waffen hier auf so einem Waggon ist ein bisschen, sag mal, Waffen! Und ja, das hört nicht so schnell auf! Kommt ihr alle gegen her! Sind wir immer Gegner, wenn ihr ein Zug durchfährt? Falls ja, ist Zugfahr hier gar nicht mehr so ungefährlich! Dann halte ich das nicht mehr aus! Stellt euch vor, die ganzen Monster gehen in die Waggons rein, während der im Tunnel ist! Uuuuh! Nicht so schön! Ach, weitere Viecher! Ja, Kleiner! Was auch immer ihr seid! Sind ein bisschen Koboldartig! Upsi! Na du! Das Gute ist, man kann vom Waggon nicht runterfallen! Egal, was ihr anstellt! Oh, weiter, Wartelock! Ach, tat, äh, dass Noctis da sich runterhangelt in die Waggons rein! Ne, da läuft hier oben drüber! Macht ja mehr Spaß! Uuuuh! 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 Das klingt doch nicht zu einladend! Das Geräusch! Warte, Kleiner! Kannst du mich denn nicht einfach mal in Ruhe lassen? Die Gegner? Ne! Bis zum Ende des Tunnels durchhalten! Gut, mach ich! Uuuuh! Ja, du Gegner! Wenn ich mich ziehe, dann Kamera! Dankeschön! Zur Hölle! Und dann noch mehr Gegner! Und dann noch mehr Gegner! Spinnengegner! Und dann noch mehr Gegner! Und dann noch mehr Gegner! Dann noch mehr Gegner! Dankeschön! Und dann hat die ganzen Gegner weggeschwemmt! Schön, dass ihr vorbeischaut! Aranea! Habt ihr hier gewütet? Seht besser selbst! Kommt! Ich bringe euch bis zum Palast! Na, dann bin ich ja mal gespannt! Ich auch! Hier in Deliveria ist ein bisschen krampazamba passiert! Was ist das eigentlich mit deinen Augen? Ein bedauerlicher Unfall! Erblindet? Ja! Ja! So gut wie! War wohl ein harter Kampf was! Tut mir leid! Ich konnte es leider nicht verhindern! Sag mal! Ihr wart doch zu viert, oder? Ja! Allerdings! Ja! Es gab da einen kleinen Zwischenfall! Ja! Ist der Tod? Wissen wir nicht! Dann guck nicht so trüb aus der Wäsche! Kopf hoch! Die Hoffnung stirbt zuletzt! Hm! Sag ich auch öfter! Na, ob es dadurch besser wird? Hm! Vielleicht fühlt man sich besser! Habt ihr Tenebrä angegriffen? Nein! Das war das Imperium mit seinen Sichern! Dein Auftraggeber also! Bis gestern, ja! Ich und meine Jungs! Wir sind zum Katastrophenschutz gewechselt! Allesamt! Katastrophenschutz! Das ist mal ein cooler... Du hattest gesagt, dass ihr hier Hilfe leistet! Wir hätten da eine Bitte! Und zwar? So wie die Dinge stehen, können wir die Zivilisten nicht länger mitreißen lassen! Wer weiß, was uns noch bevorsteht! Verstehe! Lasst sie hier! Ich pass auf sie auf! Aber wer fährt dann den Zug? Guter Einwand! Ja... Kennst du jemanden? Allerdings! Zwei alte Bekannte! Sehr altbekannte! Hier! Eure Zugführer! Biggs und Wedge! Die Jungs sind hart im Nehmen, also keine Angst! Ah! Lange nicht gesehen! Und? Was liegt an? Eine heitere Zugfahrt nach Graler! Ach! Na, wen soll ich denn sonst bitten? Hast ja recht! Okidoki! Danke! Ohne euch wären wir aufgeschmissen! Haha! Nicht der Rede wert! Dankeschön! Und ja, das mit Biggs und Wedge ist ein Wannengag! Ein sehr alter Wannengag! Haha! Danke, dass ihr uns fahrt! Dankt uns, wenn wir da sind! Wird sicher kein gemütlicher Ausflug! Haha! Ja! Besonders in der Schlucht! Arschkalt ist es da! Geht direkt am Grab der Eisgöttin Shiva vorbei! Alles mögliche kann da passieren! Zieht euch besser warm an! Schon mit der Dame aus dem Palast gesprochen? Die sollte hier irgendwo rumhängen! Eine Dienerin der Fleurées wollte mit dir sprechen, meinte sie! Mit mir? Okay! Ich geh mal zu ihr! Hm? Wenn mir jetzt jemand reden will! Warum nicht? Und was sagt der gute Wedge? Ihr habt dem Imperium also den Rücken gekehrt? Ja! Als Teil der Armee konnten wir den Leuten nicht helfen! Und Lady A hatte vom Imperium eh genug! Lady A? Ah! Wer wohl? Commodore Aranea! Hä? Ganz Gralea voller Sicher! Und der Kristall wird auch nicht genutzt! So hatte sich das keiner von uns vorgestellt! Was ist mit den Zivilisten? Haben sich in ihren Häusern verschenzt! Entweder mucksmäuschenstill oder einfach schon mausetot! Wer weiß das schon! Ich hoffe eher ersteres! Zweiteres klingt überhaupt nicht gut! Wir warten am Zug auf euch! Dankeschön! Sagt Bescheid wenn ihr so weit seid! Mag ich! Los Wedge! Okay! Und ja wie gesagt das mit Beet und Wedge ist ein sehr alter Warning Gag! Ich glaube das erste mal kamen die beiden vor in Final Fantasy 6! Dann in 7 mal! In 8 waren die auch mal kurz dabei! Aber eher mehr als Gegner! Und auch in anderen Spielern! Sehr lustiger Warning Gag! So! Hier gibt es eine Feuermarquise zu ziehen! Nehme ich mal gerne mit! Aber es ist wieder so ne... Naja Magie! Von denen werden wir jetzt öfter welche sehen! Und dabei! Es ist 19 Uhr aber es ist schon Nacht! Und sonst was! Seid ihr... Seid ihr es etwa wirklich Prinz Noctis? Ja? Warum fragst du? Dass wir uns noch einmal sehen! Ich kann es gar nicht glauben wie groß ihr geworden seid! Ich bin Maria! Die Dienerin des Hauses Fleurei! Könnt ihr euch vielleicht noch an mich erinnern? Nicht wirklich! Tut mir leid! Nicht doch! Viel wichtiger! Ich habe eine Nachricht für euch! Sag mir Prinz Noctis! Ist es der Prinzessin gelungen euch den Ring der... Luzischen Könige zu übergeben? Ja! Oh welche Erleichterung! Das wird auch Ravus zutiefst erfreuen! Wieso das? Wieso das? Bitte gib Noctis! Diesen Ring von mir! Ich schaffe es! Nicht! Ich schaffe es dir nicht! Nein! Mein Körper... ...geräucht mir nicht mehr! Das kann ich nicht, Luna. Denn du musst das selbst tun. Es ist deine Bestimmung, den König mit diesem Ring zu erwecken, Luna Freya. Gib jetzt nicht auf. Ob mir das gelingen wird. Es muss, Luna Freya. Finde Noctis und offenbare ihm, was du in deinem Herzen trägst. Prinz Noctis, werdet ihr nach Gralea reisen? Ja. Es war Ravus' Wunsch, euch persönlich das Schwert eures hochverehrten Vaters Regis auszuhändigen. Ich hoffe sehr, euch ist noch ein Treffen vergönnt. Dafür werde ich sorgen. Keine Angst. Habt vielen Dank. Sehr interessant. Das Bravus, den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Von Luna Freya gebeten wurde, uns den Ring zu geben. Aber er hat gesagt, nee. Es wird. Auf jeden Fall. So. Schönes Gespräch gehabt. Dann wieder rein in den Zug. Und hoffentlich hab ich nicht mehr Probleme.